Sie sind hier, 4. Januar 2019, 8 Uhr 13, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Stars von Manchester, schenken ihre Mitarbeitern Rolex-Uhren, Urheberrecht, Getty Images München, die Spieler von Manchester City sorgen nicht nur auf dem Spielfeld für positive Schlagzeilen. Vereinsmitarbeiter erhielten Uhren im Wert von mehreren tausend Euro Große Geste der Spieler von Manchester City vor dem Premier League-Kracher gegen den FC Liverpool, um sich bei den Vereinsmitarbeitern für deren harte Arbeit über die letzten beiden Jahre zu bedanken, gaben die Stars um Leroy Sain mehrere tausend Euro aus. Wie die britische Sun berichtet, schenken die Spieler den Mitarbeitern Rolex-Uhren im Wert von je knapp 8.000 Euro. Auf den Uhren ist zudem in Anlehnung an die Rekordsaison des vergangenen Jahres der Spruch Centurions 2018 eingraviert. In der letzten Saison sicherten sich die Citizens mit 100 Punkten und 106 Toren den Premier League-Titel. City triumphiert im Premier League-Spitzenspiel Auch auf dem Spielfeld sorgt die Mannschaft von P. Guardiola wieder für positive Schlagzeilen. Durch den 2 zu 1 Triumph im Spitzenspiel gegen die Reds gestaltete der fünffache englische Meister das Titelrennen in der Premier League wieder offen. Service die Tabelle der Premier League-Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Live-Streams